Das ist die kurze Meditation, um die Ruhe zu haben. Wenn du möchtest, kannst du auf das Wasser schauen, oder du kannst dir deine Augen zumachen. Nimm wahr, wie sie ist, auf dem Stuhl oder am Boden zu sitzen. Nimm deine Füsse wahr. Bist du verbunden mit der Erde. Wenn nicht, dann ausdehne dich Richtung Erde nach. Und nimm dir vor, wie es sich anfühlt in deinem Bauch. Bist dir angespannt. Und gib ihm die Erlaubnis und die Möglichkeit, immer mehr loszulassen. Indem, dass du einfach tief im Bauch anrufst. Dann nimmst du weiter wahr, wie es in deiner Brust ist. Ist es ruhig in deiner Brust? Ist es angespannt? Anrufe tief in deine Brusttüche, sodass sich der ganze Brustkorb weiten kann mit jedem Atemzug, den du machst. Und spür dich noch in deinem Kopf. Stimmst du deinem Verstand aktiv. Denkst du noch an all die Sachen, die du heute noch machen solltest oder die du gemacht hast. Und erlaub deinem Kopf, deinem Verstand in die Ruhe zu kommen. Vielleicht ist es in deinem ganzen Körper noch aufgewühlt. Vielleicht ist es in deinem ganzen Körper noch aufgewühlt. In deinem Verstand aufgewühlt. Und erlaub dir einfach immer mehr, die anzupassen. Den Lagunen, die du jetzt ausschaut. Die Ruhe zu kommen. Und einfach in sein kann. Es gibt nichts zu tun. Du darfst einfach sein. Mit deinem Atem. Ausschauen auf die Lagunen, auf das ruhige Wasser. Die du unterstützt, immer mehr in die Ruhe zu kommen. Und wenn du willst, wenn du Zeit hast, kannst du noch länger in der Ruhe bleiben. Und wenn nichts, nimmst du einen tiefen Atemzug. Bewegst deine Hände und deine Füsse. Strickst dich. Und machst dich oben auf. Verwärter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020